Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Wie du siehst, machen wir heute Valentinsherzen. Die Valentinsherzen sind natürlich wie immer glutenfrei. Und wie du so schöne Valentinsherzen hinbekommst, dass du diese richtig schön auf den Frühstückstisch legen kannst bei deinen Liebsten. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Nun weißt du, wie du so etwas Leckeres hinbekommst, richtig schön mit Marmelade gefüllt. Das Ganze kannst du auch, wenn du magst, in den Kaffee reingeben. Das sieht auch unheimlich schön aus, mit obendrauf ein schönes Herz schwimmt. Aber mit den großen Herzen kannst du zum Beispiel auch eine Gelande machen. Ich glaube, dass wir mit der Gelande, lassen wir sein, wir machen daraus ein Tischdeko. Ihr könnt diese richtig schön aneinanderketten, so zwei verschlungene Herzen. Und wenn ihr, wie ich, ein bisschen die Öffnung größer macht, nicht so eng wie ich, dann könnte es auch aneinanderhängen, sodass ihr dann richtig schöne Gelande habt. Also, das war's für heute. Deine Silke von Anders Back. Solltest du mich überhaupt noch nicht abonniert haben, hole es doch gerne nach. Oder folge mir auch auf meinem Blog. Bis dann. Bis dann. Bis dann.